mein moin willkommen zurück zu einer weiterrunde von die liedchen td2 im ranglisten modus fiesta wurde schon instant ausgewählt jemals chem mit rein damit ein leichteres early game haben die beiden zusammen super stark mit baum der regeneration holi steht das ist super was wir haben können kaskett starten machen theoretisch so die ecke ich werde jetzt keine keine schnecke schicken aua ok jetzt hängt sogar mit hier auft ich kann zwar auf drei um die ersten robo schicken so aber der wird garantiert noch was hinstellen ich werde jetzt mit einem manor aus weitermachen das gut das fährst du mal zwei durchgelassen mann auch was dazu im genau film 30 hau die haupte rein genau null piepen das ist immer gut optimal ausgenutzt ein dringling das geht noch zack fertig mach weiter upgrades müsste dann bald mal was schicken um die blumen zu kehren sieben drücker am start sehr gut das war sehr gut noch ein upgrade seraphin nächste runde baum schick mal einen robo rein wenn es nichts gebaut hat ähm kasket jetzt hat er einen kasket gebaut da schicken auch jede runde na w k ho 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 w w Komm schon. Schade. Bringt mir jetzt nichts zu schicken. Nächste Runde mit Stich. Wird was bringen. Schickt jede Runde Scheiße rein. Wahrscheinlich auch Autosend an. Uns wird nicht immer Turtles oder Echsen und Schnecken einfach so reinkommen. Er hatten ey. Triple Hobo gekriegt Bessern wir mal den Kasket Hopp hier noch mit rein Ich vermute mal, dass die Exe noch rauskommt Ja Turtle, ich guck mal hier drüben Kasket maximal Was sind das? Ein Kätzchen Das ist schon mal tot Kasket ist auch fast down Rattet down Wir sind ein bisschen durchgekommen Aber viel ist es nicht Wir werden ebenfalls den Kasket aufwerten Hauen hier noch einen Manaros hin Und dann wollen wir auf 9 Boah, Alter, eine Triple Blutdienst ist denn Was ist das? Habe ich auch noch gar nicht gesehen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Holy shit Was ist das? Das kommt bei mir irgendwie klar Null kommt meistens auf 9 Gerade mit Harpchen Der Kasket hat aber so lange gehalten Und dann kommt noch eine Hehe Und Ugo ist durchgekommen Scheiße Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich kriege 9 raus Nicht mal 10 Können jetzt natürlich Das hier machen Ich muss eine Regeneration rein 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 Mega Regenerieren oder mega Knete Ich glaube wir regenerieren Am liebsten du Wir wollen viel regenerieren Hallo Katze Was machst du denn für Blödsinn? Ich bringe die einfach hier auf den Stuhl So, den haben wir auf jeden Fall Gut abgewehrt Auf jeden Fall hier mal Upgrades machen Und auch Kasket würde ich ungern bauen Wir machen das so Wir machen das so Robo ist rein Oh, ein Bananenbaum Okay, Stichschaden aber viel Ja, könnte bis zum King durchkommen Die oberhaut oben nicht schreien Hmm Die wird auf jeden Fall abgegradet Und dann habe ich erst mal gut vorgesucht Und dann baue ich nochmal noch was und sowas Holy shit, das habe ich noch nie gesehen Was ist das für eine Runde Was ist das für eine Runde? Abnormal Abnormal Wir wollen meine Rösser bauen Gerade für die nächste Runde Gerade für die nächste Runde Für die nächste Runde wichtig Ich könnte auf die nächste Runde gehen Auf 15 könnte ich was schicken Das ist aber noch ein Feuerfürsten Hmm Die Blume hat ja auch schon 13 Stacks Die ist nur einmal abgekackt Oder gar nicht Jetzt ist sie abgekackt Hä 13 Stacks Aber der hat er öfters durchgedrückt Wenn ich mich nicht täusche Bin vielleicht Das ist wohl Das ist doch Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Da Mitmacht Ich bin ja Ich bin ja Wir sind ja ich krieg genau noch ein haus es gibt keine waves mehr wo stichschaden fett ist und stichschaden schwach das andere für ihn sozusagen ich habe ganz schön wenig wörter ich komme durch oder die ist tot nur schau mal erlebt noch dass ihr seid auch noch mini leben blumen down mit einem schutz das hat uns ein bisschen was gebracht wir könnten jetzt brauchen stich schaden aber ich werte lieber die hinteren auf so so gucken dass wir auf 18 oder so gehen damit die die bananenbäume down kriegen wobei 17 der hat auch eine gebieterin die haben übrigens fette tanks das ist schon hardcore mein vorteil rechts lässt zu wünschen übrig da kriegst du noch ab ja 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 wirklich ja 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 stellen wir einfach mal n'haufen Bäume hin Die Bäume könnten uns hier den Po retten. Aber ein 520er, schwierig. Die müssen nur lange genug halten, weil Hauptin machen ganz gut Damage. Aber es sieht nicht so aus. Er hat mich mit einem Voreis gut rausgekriegt. Es kommt aber nicht viel durch. Jetzt überleben wir. Noch ein Voreis rein. Weil der einfach viel Scheiße hat. Magischer Schaden. Sieht nicht so gut aus. Das habe ich nicht. Wir rollen. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Das nehme ich doch gerne an. So, was können wir noch rein schicken. Stich. Dino hat Stich. Schnecke. Ende. Ich glaube, es ist gut aufgeteilt. Schön unterstützen. Ja. Und das ist durch. Und ich habe gut geblockt. Aufgabe abgeschlossen. Das war's. Und da haben wir noch ganz schön uns zurückgekämpft. Wir hatten ein übelst wenig Workout. Krasser Scheiß. Ja. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Da habe ich ganz viele Berserger gehabt. Ich glaube, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Lass ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin. Entspannend Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.